Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. So Freunde, dieses Video ist nicht wie jedes andere. Ihr habt jetzt bestimmt irgendwie ein Comedy-Video erwartet oder irgendwas. Aber wie ihr es im Titel schon lesen konntet, wende ich mich heute mal an euch. Und zwar ist es so, wie ihr in den letzten Wochen schon gemerkt habt, bin ich auf jeden Fall extrem unaktiver geworden als vorher, würde ich das mal ausdrücken. Also ich bin auf keinen Fall so aktiv wie davor. Ich habe das jetzt in den letzten paar Tagen wieder gut hinbekommen, dass ich wieder aktiver bin als vorher auf YouTube, auf Twitch. Aber wir sind noch lange nicht da, wie es vor einem Monat war, wie es vor zwei Monaten war. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich will auch da wieder hinkommen. Das liegt auf gar keinen Fall auch am Bock oder so. Ich habe genauso Bock wie zu der Zeit, sondern es liegt einfach nur daran, dass mir, und deswegen mache ich auch dieses Video, die Video-Ideen ausgehen. Ja Freunde, so ist das. Mir fallen zur Zeit, da habe ich auch letztens ein Instagram-Statement gemacht, da war ich live auf Insta und habe das ein bisschen erklärt, mir gehen zur Zeit die Video-Ideen aus. Mir fallen zur Zeit wirklich bloß diese Sketche ein, wo ich so mehrere Personen spiele in verschiedenen Situationen. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich krass gerade was, was ich so hochladen könnte. Also ich bin zur Zeit ein bisschen unbeholfen. Ich würde jetzt halt alle zwei Tage, ich mache alle zwei Tage ein neues YouTube-Video und lade ich hoch, würde ich jetzt so ein Sketch-Video machen, aber das ist es einfach nicht, muss man so ehrlich sein. Ich kann jetzt nicht alle zwei Tage so ein Sketch-Video hochladen. Das würde dann denke ich mir auch langweilig werden. Und ich will halt eine gewisse Abwechslung reinbringen, aber ich habe für die Abwechslung gerade keine Video-Ideen, beziehungsweise keine anderen Videos, die ich hochladen könnte. Und aus diesem Grund seid ihr jetzt gefragt. Es wäre sehr, sehr korrekt von euch, wenn ihr mir hier unter dieses Video die Kommentare schreiben könntet, ein paar Video-Ideen. Was wünscht ihr euch? Was wollt ihr sehen? Schreibt wirklich so viel rein, wie es geht. Wenn euch zehn Dinge einfallen, das wäre mega nice. Da habe ich schon wieder zehn Videos, die ich machen kann. Und ja, das ist irgendwie so wie ein verzweifelter Hilfeschrei. Mir fällt zur Zeit echt wenig ein. Ich will euch was bieten, ich will euch unterhalten. Deswegen will ich nicht jeden zweiten Tag, wie gesagt, das Gleiche raushauen. Ich denke mal, ihr seht das auch so. Ihr werdet wahrscheinlich so sagen, ja, bring lieber das raus am besten als nichts. Aber mir ist halt wichtig, dass ich Abwechslung reinbringe. Und deswegen ist das so. Ja, Freunde. Also wie gesagt, gerne was in die Kommentare. Schreiben mich bitte euch drum. Und ja, dann gucke ich mal, was ich so demnächst machen kann. In zwei Tagen wird auf jeden Fall wieder ein Sketch-Video kommen. Und ja, bald wird auf jeden Fall der Song kommen. Es dauert nicht mal lange, Freunde. Es fehlt bloß auch der Refrain und eine Strophe. Und dann geht es schon zum Videodreh, nachdem ich natürlich meinen Text auswendig gelernt habe. Und ja, ich freue mich krass drauf. Ich bin gespannt, wie ich das so hinbekomme. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, im Prinzip wäre auf jeden Fall alles gesagt. Was noch sehr, sehr wichtig ist, Leute, ich versuche jetzt nicht nur so aktiv auf YouTube wieder zu werden wie davor, sondern auch auf Twitch. Das ist besonders, ja, in die Ferne gerückt, dass ich live gehe auf Twitch. Ich war jetzt vielleicht in den letzten 30 Tagen dreimal live, wenn überhaupt, vielleicht noch weniger. Auf keinen Fall mehr als dreimal. Und das ist ziemlich skandalös, denn ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich an dem Tag, wo ich kein neues YouTube-Video hochlade, live gehe. Ja, das muss man nicht jedes Mal machen, weil jeden zweiten Tag live gehen wäre, denke ich mal, auch ein bisschen low. Aber so zweimal pro Woche live gehen, ich denke mal, das wäre ziemlich fresh und das würde ich auf jeden Fall wieder einführen. Deswegen, Leute, heute kommt ja wie gesagt ein neues YouTube-Video. An dem Tag, wo das rauskommt, wo ich das dann hochladen werde, seht ihr das auch. Also ich habe es am gleichen Tag aufgenommen. Morgen kommt ein Livestream auf Twitch. Ja, checkt mich da gerne ab. Blende ich euch hier ein. Ich heiße Mark nur mehr als die 1. Genau wie ich auf YouTube heiße, muss man eine 1 hinten dran. Und ja, Freunde, ich habe euch jetzt mal ein bisschen aufgeklärt. Und ja, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich höre nicht auf. Motivation ist genauso da, wie damals, wo ich so aktiv war. Und ja, Freunde, ansonsten, wie gesagt, wir sind kurz vor den 500 Abonnenten. Ihr könnt mich gerne supporten. Macht gerne die 500 Abonnenten voll. Wäre eine sehr, sehr geile Marke, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Was nur durch euch ermöglicht ist, ermöglicht werden kann. Hoffentlich bald. So schnell wie es geht. Und ja, Freunde, da kommt natürlich auch noch ein 500 Abonnenten Special. Das ist mehr so ein Aufklärungsvideo hier, so ein Informationsvideo. Und ja, ansonsten werden die im Moment alles gesagt. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Für mehr. Ansonsten liked das Video gerne, wenn ihr wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Tagen wieder. Und Peace.